Hallo, ich bin hier in der Werkstatt. Hallo Herr Klemann, Sie müssen uns erzählen über Ihr Auto. Wie habe ich denn angefangen? Hi Leute, willkommen zum neuen Video. Heute wollen wir euch den Christa in 72er Nova vorstellen und den Umbau, den wir gemacht haben. Der Christa hat das Auto bei uns recht seriennah gekauft und hat mittlerweile ein paar Sachen umbauen lassen, reparieren lassen. Mittlerweile ist ein QH1-Fahrwerk drin, was wir verbaut haben. Seht ihr auch im Video hier. Eine EFI-Anlage, eine Holli Terminator X, die wir gestern abgestimmt haben auf dem Prüfstand komplett fertig und haben heute noch ein paar Fahrversuche mitgemacht und sind mehr als zufrieden. Es sind 30 PS mehr rausgekommen, wobei jetzt die Leistung gar nicht im Vordergrund stand, sondern einfach, wie sich das Auto, ich sag mal, schön erfahren lässt. Das Auto hat ein schöneres Anspringverhalten und ja, lässt sich echt auch im Cruiser-Modus schön fahren. Aber es geht selbst. Bis dann. Tschau. Bis dann. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020